Obwohl wir mittlerweile einige Monate im Reservat lebten, kannten wir nur wenige Leute. Deshalb war ich sehr erstaunt, als es eines Abends spät an unserer Tür klopfte. Ein unbekannter Mann mit einem Papiersack voll frischem Gemüse stand draußen. Ist dein Onkel da? fragte er, wobei er einen suchenden Blick über mich hinweg ins Haus warf. Nein, er ist ausgegangen, antwortete ich und überlegte fieberhaft, ob ich diesen Mann schon irgendwo gesehen hatte. Er hat mich gebeten, das Gemüse zu bringen, murmelte er und streckte mir den Papiersack hin. Ich öffnete die Tür und wollte den Sack nehmen, aber er ließ ihn plötzlich fallen und das Gemüse kullerte über den Boden. Dann packte er mich am Handgelenk und stieß mich ins Haus. Sobald wir drinnen waren, ließ er meine Hand los und warf einen schnellen Blick in die Runde, um festzustellen, ob ich wirklich allein sei. Ich war in einer schrecklichen Lage. Zwei Fehler hatte ich gemacht. Ich hatte ihm gesagt, dass ich allein war und ich hatte die Tür geöffnet. Wie konnte ich nur so dumm sein? Unauffällig suchte ich einen Gegenstand, der sich als Waffe eignete. Neben dem Ofen stand ein Feuerhaken, aber ich war nicht sicher, ob ich den Mann damit außer Gefecht setzen konnte. Was, wenn ich ihn nicht traf und er mich im Zorn tötete? Ich trat einen Schritt zurück. Ach, Sie sind ein Freund meines Onkels? Arbeiten Sie mit ihm zusammen? Fragte ich und versuchte meiner Stimme Festigkeit zu geben. Was sagst du? Er wandte mir sein Gesicht zu und ich stellte fest, dass er betrunken war. Ich habe gefragt, ob Sie meinen Onkel von der Farm her kennen. Jetzt wird er bald kommen, er wird sich über Ihren Besuch freuen. Ich wusste zwar, dass es noch Stunden dauern konnte, bis Flint nach Hause kam, wenn er für den heutigen Abend eine Verabredung hatte. Hoffentlich konnte man mir das nicht vom Gesicht ablesen. Verzweifelt betete ich. Gott, hilf mir! Gott, hilf mir! Er tat einen Schritt auf mich zu und mein Herz stand beinahe still. Es ist so heiß hier drinnen. Könnten wir nicht für ein paar Minuten auf die Veranda gehen und frische Luft schnappen? Ich lächelte ihm zu und ging hinaus. Er folgte mir dicht auf den Fersen, als ich über die Veranda ging. Jetzt war es draußen ganz dunkel geworden, aber die Lampe im Zimmer leuchtete hell über die Veranda. Ach, sehen Sie doch! rief ich und deutete nach rechts. Gehört der Hund Ihnen? Ohne zu überlegen drehte er den Kopf. Ich setzte über die Veranda und raste auf den Wald zu. Bitte Gott, lass nicht zu, dass er mich einholt. Flehte ich und rannte wie noch nie in meinem Leben. Weit hinter mir hörte ich ihn fluchen, als er mir durchs Unterholz nachtorkelte. Ich machte so viel Lärm wie nur möglich, als ich durch den Wald rannte. Es war sehr finster und der Mann war betrunken. Wenn er mir weit genug folgte, würde er sich vermutlich verirren. Nun schlich ich weiter, so leise ich konnte. Ich wollte einen Bogen um ihn machen und wieder nach Hause laufen. Er konnte natürlich Glück haben und direkt auf mich stoßen. Oder vielleicht war er gar nicht so betrunken, wie ich annahm? Unterschätzte ich ihn? Geräuschlos schlich ich dem Haus zu. Der Wald lag jetzt hinter mir. Ich rannte über den offenen Hof. Wenn ich nur rechtzeitig ins Haus kam. Endlich stand ich vor dem Fenster meines Schlafzimmers und kletterte hinein. Ich schloss das Fenster und hastete zum Schrank. Obwohl es stockdunkel war, fand ich auf Anhieb meine Flinte. Nun wartete ich gespannt. Würde er wieder versuchen, ins Haus zu kommen? Da! Ein Geräusch auf der Veranda! Er war zurückgekommen! Ich beobachtete die Türklinke und wartete, dass sie sich senkte. Ich hörte, wie das Gemüse draußen davonkugelte. Er stand vor der Tür. Ich holte tief Atem. Verschwinden Sie sofort oder ich schieße! schrie ich. Wie der Blitz entsicherte ich mein Gewehr und hielte schussbereit. Das ist Ihre letzte Chance! Ich zählte bis drei. Dann schoss ich durch die Tür und zerschmetterte sie. Einen Augenblick herrschte Stille. Dann heulte ein Motor auf. Ein paar Sekunden später blickte ich hinaus und sah einen kleinen Lieferwagen davonfahren. Ich rannte vor die Tür und schoss auf den Wagen. Boom! Eines der Schlusslichter splitterte. Boom! Noch einmal. Leider war er jetzt außer Schussweite. Die Reifen quietschten und der Wagen war in eine Staubwolke gehüllt. Wieder schoss ich. Boom! Jetzt war er weit unten auf der Straße. Er fuhr mindestens 140 Stundenkilometer. Nun ging ich ins Haus zurück. Schloss die Tür und lud das Gewehr. Für alle Fälle. Ich atmete erleichtert auf. Danke Gott! War alles, was ich herausbrachte. Als Flint einige Stunden später nach Hause kam, erzählte ich ihm von dem schrecklichen Erlebnis. Ich war enttäuscht. Wenn er unterwegs einen Herzschlag bekommen hat, wahrscheinlich hast du ihm mehr Angst eingejagt, als er dir. Das bezweifle ich. Heute kann ich nichts mehr tun. Morgen will ich mich nach ihm erkundigen. Vielleicht finde ich heraus, wer es war. Dann kann ich immer noch entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Aber jetzt komm, vergessen wir ihn und gehen schlafen. Ich ging gehorsam zu Bett, konnte aber lange nicht einschlafen. Am nächsten Abend kam Flint mit einem geheimnisvollen Lächeln zurück. Heute habe ich einigen Männern zugehört, sagte er grinsend. Was haben Sie besprochen? Sie haben von einem Mann erzählt, der seinen Lastwagen reparieren muss. Offenbar hat ihm eine Wildkatze ein paar Löcher hineingeschossen, lachte er. Ich sagte ihnen, dass er von Glück reden könne, dass die Kugeln in seinen Wagen und nicht in sein Hinterteil gefahren seien. Dann fügte ich hinzu, dass wenn er sich je wieder bei uns zeigen sollte, sein Hinterteil an unserer Scheune genagelt würde. Das gelte übrigens für jeden, der sich in Bezug auf meine Nichte irgendwelchen Illusionen hingebe. Er warf den Hut auf den Tisch und verschwand. Kein Mensch wird dich mehr belästigen. Am anderen Morgen erregte lautes Hämmern Flints Aufmerksamkeit und er ging zur Haustür, um zu sehen, was ich machte. Er blieb hinter mir stehen und las laut, was auf dem Schild stand, das ich anbrachte. Achtung, bissiger Hund, wir haben aber doch gar keinen Hund, rief er. Man braucht keinen Hund, um eine Warntafel anzubringen, erklärte ich und griff in den Papiersack, um drei große Suppenknochen herauszuholen, die ich vor der Warntafel auf den Boden warf. Das nützt bestimmt nichts, lachte Flint. Die Leute fürchten sich doch nicht vor einer Tafel. Doch, sie fürchten sich davor. Ich hob Hammer und Nägel auf und ging ins Haus. Böse Menschen wird sie auf jeden Fall abhalten. Flint folgte mir immer noch lachend und kopfschüttelnd. Bevor wir das Haus erreichten, hörten wir es hinter uns hupen. Wir wandten den Kopf. Ein großer roter Wagen hatte angehalten und der Fahrer winkte uns zu sich heran. Was kann ich für Sie tun? Fragte Flint und ging auf den Wagen zu. Ich bin der Väter von Bright Star. Sie sagte, dass ich bei Ihnen Kaninchen kaufen könne. Antwortete der Fahrer. Wie viele möchten Sie? Erkundigte sich Flint. Vier. Kommen Sie mit mir zum Stall. Sie können sich Ihre Kaninchen selbst aussuchen. Nickte Flint. Nein, danke. Ich lasse mich nicht gern von Ihren Hunden auffressen. Hunde? Fragte Flint verständnislos. Ich habe die Tafel gelesen, darum habe ich es vorgezogen zu Hupen statt auszusteigen. Ich bin zu alt, um es mit einer Meute wilder Hunde aufzunehmen. Lieber warte ich hier und sie bringen mir die Kaninchen. Er gab Flint acht Dollar. Flint schob das Geld in seine Tasche. Prima! Flüsterte Flint mir im Vorbeigehen zu. Es klappt. Die Leute haben Angst vor Warntafeln. Flint blieb immer in der Nähe des Hauses, wie er es versprochen hatte. Der Mann, der mich überfallen wollte, kam nie wieder. Trotzdem fühlte ich mich nicht mehr sicher. Ich achtete auf jede Bewegung hinter Büschen, auf Schatten, die ich nicht kannte und lauschte auf Tritte. Schon vor Sonnenuntergang ging ich ins Haus und schloss die Tür. Ich prüfte sämtliche Schlösser, bevor ich zu Bett ging und schlief trotzdem oft unruhig. Allmählich wurde mir klar, dass ich allein nicht sicher war. Ein Mädchen allein ist immer in Gefahr. Meine Sicherheit hing von Flints Gegenwart ab. Wenn er mich verließ, was würde dann aus mir werden? Im Garten begann es zu sprießen. Das Getreide stand erst eine Handbreit über dem Boden, als Flint ankündigte, dass die Zeit des Grünkorn-Tanzes und der Palawa gekommen sei. Begeistert rannte ich am Morgen des großen Tages geschäftig hin und her. Als wir beim Festplatz ankamen, waren schon viele Wagen dort und eine Menge Indianer rüsteten sich zum Tanz. Wir drängten uns durch das Menschengewühl, um einen Platz zu finden, von dem aus man die Zeremonie gut beobachten konnte. Flint trug ein neues Westernhemd und ich hatte mein Wildlederkleid angezogen und Perlen ins Haar gesteckt. Die meisten Indianer trugen zu Ehren des Tages ihre traditionelle Stammeskleidung. Der Grünkorn-Tanz sollte das Korn beschwören, dicht und hoch zu wachsen, um den Leuten genügend Nahrung zu geben, damit sie im nächsten Winter nicht hungern mussten. Indianer aus verschiedenen Stämmen stellten sich in einer Reihe mit dem Gesicht nach Osten am Rand der Tanzfläche auf. Plötzlich verstummte die Menge und wartete gespannt der Dinge, die da kommen sollten. Wie ein Trommelfeuer jagten auf einmal etwa 50 johlende Kikapo-Krieger in wildem Galopp über den Hügelkamm. Mein Herz begann wild zu klopfen. Tränen schossen mir in die Augen beim Anblick der jungen Krieger, die auf halbwilden Pferden in eine Staubwolke gehüllt den Berg herabstürmten. Kein Wunder, dass die Kikapo-Krieger die ersten Siedler in Angst und Schrecken versetzt hatten. Auch heute noch boten sie einen furchteinflößenden, herrlichen Anblick. Die wilde Jagd endete mit einem Rennen. Dem Sieger gehörte das Pferd dessen, der als letzter das Ziel erreichte. Als die Pferde über die weite Ebene jagten, fiel mein Blick auf einen der Reiter und mein Herz ritt an seiner Seite mit. Er war jung und seine Arme schienen kräftig wie Eichenstämme. Sein langes, schwarzes Haar flatterte im Wind und um den Hals trug er ein altes, indianisches Perlenband. Er war ein ausgezeichneter Reiter und hatte ein schnelles Pferd, doch er wurde nicht Sieger. Ein Junge auf einem grauen Pferd gewann. Für mich spielte das keine Rolle, denn obwohl der Krieger das Rennen verloren, hatte er doch mein Herz gewonnen. Den ganzen Morgen versuchte ich, seine Blicke auf mich zu ziehen. Binnen kurzem hatte Flint entdeckt, wem meine besondere Aufmerksamkeit galt. »Möchtest du Gelber Donner kennenlernen?« erkundigte er sich lächelnd. »Ich kenne seinen Onkel, der das arrangieren könnte.« »Woher weißt du, wie er heißt?« murmelte ich vor mich hin. »Gelber Donner.« Es klang wie Musik in meinen Ohren. Er lachte. »Er verkauft seine Pferde an die Ranch, auf der ich arbeite. Du kannst von Glück reden, dass du mich als Onkel hast.« Er klärte Flint und schien höchst zufrieden mit sich selbst. Getreu seinem Versprechen stellte er mich Gelber Donner vor. Mein Herz pochte so laut, dass ich glaubte, er müsse es hören, und als ich in seine Augen blickte, wusste ich, dass ich mich zum ersten Mal im Leben verliebt hatte. Ganz plötzlich und ohne Vorwarnung hatte es mich gepackt. Es war, als ob ich von einem Felssturz mitgerissen würde. Von diesem Augenblick an war mein Leben für immer verändert. Ich wartete nun jeden Tag auf Gelber Donner. Unzählige Male schaute ich erwartungsvoll aus dem Fenster, und Abend für Abend kämmte ich sorgfältig mein Haar, setzte mich in den Garten und wartete. Bestimmt würde er heute Abend kommen. Ich träumte von unserem gemeinsamen Leben. Geheime Träume, die ich tief im Herzen verborgen hielt. Ich war überzeugt davon, dass, wenn ich Gelber Donner von ganzem Herzen liebte, er diese Liebe erwidern würde. Die Gefühle für meinen schönen Krieger hüllten mich mehr und mehr in Träume, und ich wurde von Tag zu Tag schweigsamer. Eines Tages würde er kommen. Ich musste nur Geduld haben, warten können. Jeden Tag, jeden Abend wartete ich. Die Wochen vergingen, und meine Gefühle für ihn wurden immer stärker. Da, eines Abends kam er wirklich. Als er heranritt und sein Pferd an den Zaun band, wusste ich nicht, ob ich träumte oder ob es Wirklichkeit war. Mit leuchtenden Augen und zitternden Händen eilte ich ihm entgegen. »Hallo, singender Wind, ist Flint zu Hause?«, fragte er. Ich war vernichtet. Er wollte meinen Onkel besuchen, nicht mich. Und er hatte sogar meinen Namen vergessen. Er ging ins Haus, und die beiden Männer unterhielten sich über den Preis eines Pferdes. Ich saß auf der abgetretenen Holztreppe und stützte das Kinn in beide Hände. Wie konnte er die Gefühle, die ich für ihn hegte, übersehen? Er musste blind sein. Ich ging hinaus, tätschelte seinem Pferd den Hals und beobachtete den Sonnenuntergang. Dann ging ich ins Haus zurück. Die Stimmen der Männer drangen durch die offene Tür. Ich blieb stehen, weil ich meinen Namen hörte. »Schrei im Wind hat ein Auge auf dich geworfen, gelber Donner«, sagte Flint. Die Schamröte stieg mir ins Gesicht. Das hätte er doch nicht sagen dürfen. »Flint, du bist mein Freund. Darum will ich ganz offen mit dir reden. Du und ich? Wir sind Vollblut-Indianer. Aber deine Nichte ist ein Halbblut. Wenn sie eine Vollblut-Indianerin wäre, sähe die Sache ganz anders aus. Ich will nicht, dass einer meiner Söhne Mischling wird. Das Mädchen, das ich wähle, muss eine rein rassige Kekapo-Indianerin sein. Im Herzen ist sie eine Vollblut-Indianerin und das ist ja wohl, was zählt«, entgegnete Flint. »Es ist unsere heilige Pflicht, die Rasse reinzuerhalten und unsere Leute zu schützen«, erklärte Gelber Donner. Dort, im Schatten der einbrechenden Nacht, schoss mir der Mann, den ich liebte, mit seinen Worten mitten ins Herz. Tödlich verletzt ließ er mich liegen, wie einen angeschossenen Hasen. Die Liebe hatte ihren Glanz verloren und ich blieb verletzt und zerschmettert liegen. »Halbblut! Das würde ich mein Leben lang bleiben!« Ich rannte in den Wald und weinte bitterlich. Meine erste Liebe war gekommen und gegangen, ohne einen einzigen Händedruck, an den ich mich später hätte erinnern können. Aus der Ferne drangen Hufschläge an mein Ohr. »Leb wohl, Gelber Donner!«, schluchzte ich. »Ich werde niemals jemanden lieben außer dir!« Flint kam heraus und sah sich nach mir um. Ich trocknete meine Tränen, als ich ihn kommen hörte. »Was machst du hier?«, fragte er sanft. »Nichts!« Ich schluckte. Er schwieg. In weiter Ferne zuckte ein Blitz und der Donner grollte. »Du hast uns gehört, nicht wahr?«, fragte er. Ich brach in Tränen aus. »Ich wollte, ich hätte dich ihm nicht vorgestellt.« »Vergiss ihn, Schrei im Wind!« Er legte den Arm um meine Schulter. »Komm ins Haus, bevor es zu regnen anfängt.« Er führte mich durch die Dunkelheit dem Hause zu und sprach kein Wort, bis wir die Tür erreichten. Im Zimmer brannte eine Gaslampe. Ich wollte nicht, dass Flint mein Tränen überströmtes Gesicht sah. Deshalb löste ich mich von ihm und setzte mich auf die Treppe. »Ich komm später hinein!«, schluchzte ich. Er hielt die Tür auf und fragte sanft. »Es tut weh, nicht wahr?« »Ja, es tut weh!«, flüsterte ich. Er ging hinein, aber bevor er die Tür hinter sich schloss, drehte er sich um und sagte. »Sei stark, Schrei!« »Bleib immer stark, dann kann dir niemand wehtun!« Er löschte das Licht und ließ mich mit meinem Schmerz allein. »Ich werde nie mehr jemanden lieben!« Ich wischte mir die Tränen aus den Augen. »Nie mehr! Nie mehr! Ich will stark sein!« Gelobte ich und ging ins Haus. Im Bett lag ich noch stundenlang wach und horchte auf das Tosen des Sturmes, das immer lauter wurde. Ich betete, dass der Schmerz aus meinem Herzen verschwinden möge. Damals wusste ich noch nicht, dass Wunden geschlagen von denen, die wir lieben, niemals heilen. Mein Liebeslied Allein in dunkler Nacht träum ich von dir. Bei Sonnenaufgang fehlst du mir. Wenn ich dich sehe, dann lacht der Himmel, pocht mein Herz. Ist es Freude? Ist es Schmerz? Du gehst vorbei, ich senke meinen Blick und warte auf das große Glück. Mein Auge folgt bewundernd deinem Schritt. Wann endlich? Wann nimmst du mich mit? Und geht die Sonne leuchtend nieder, dann sucht mein Herz dich immer wieder. Der Wind trägt deine Stimme zu mir. O gelber Donner, mein Lied gilt dir. Wir steigen auf Berge, wandern zum See. Ich bring dir Wasser aus geschmolzenem Schnee. Deine Hand hält mich fest, führt mich sicher und gut. Der Ring am Finger leuchtet wie Blut. Mein Fuß im silbergeschmückten Schuh eilt dir vor Liebe und Wonne zu. Kannst du mich lieben, so wie ich dich? Nimmst du mich zu dir, Liebster, sprich. All meine Lieder will ich dir singen, doch ohne dich gibt es kein Klingen. Und gehst du fort, dann friert mein Herz. Der Himmel weint, teilt meinen Schmerz. Die Wochen vergingen und meine Tage waren grau und trüb. Unkraut und Ungeziefer machten sich im Garten breit und stallen mir meine Ernte. Eines Abends schob Flint den leeren Teller über den Tisch hinweg. Schrei, es hat nicht geklappt. Hier gibt's auch keine Freiheit. Das Reservat ist noch schlimmer als die Welt draußen. Wir essen Gemüse mit Würmern und hatten schon drei Tage kein Fleisch mehr. Ich kann nur noch ein einziges Pferd zureiten, dann habe ich keine Arbeit mehr. Wir hätten nicht hierher kommen sollen. Ich gab keine Antwort. Wären wir nicht hierher gekommen, hätte ich Gelber Donner nie kennengelernt. Hätte ich ihn nie getroffen, würde ich den tiefen Schmerz verschmähter Liebe nicht kennen. Ich schloss die Augen und wieder einmal sah ich ihn vor mir, wie er im gestreckten Galopp über den Hügelkamm ritt, die aufgehende Sonne im Rücken. Gelber Donner mit schwarzem flatternden Haar, den Kriegsruf auf den Lippen. Gelber Donner. Schrei im Wind! Flints Stimme holte mich in die Wirklichkeit zurück. Ich räumte den Tisch ab. Ich habe gesagt, es hat nicht geklappt. Wir hätten nicht hierher kommen sollen. Er schwieg. Ich werde wieder weggehen. Und du? Weggehen? Gelber Donner nie wiedersehen? Flint goss sich den restlichen Kaffee ein und räusperte sich. Er heiratet demnächst, Schrei. Ein Vollblut, wie er es damals gesagt hat. Ich ließ die Teller fallen und sie zerschellten am Boden. Mein Herz war in mehr Stücke zerbrochen als das Geschirr. Wir haben hier nichts mehr verloren. Wir wollen dorthin gehen, wo wir hergekommen sind. Wann? Fragte ich zitternd und hob die Scherben auf. Je eher, desto besser. Heute? Ich hob den Kopf. Er sah mich an. Warum nicht? Pack deine Schachtel. Ich vergaß das zerbrochene Geschirr und lief in mein Zimmer. Eine Stunde später waren unsere Habseligkeiten im Wagen verstaut. Flint ließ den Motor an. Bevor ich einstieg, warf ich einen letzten Blick in die Runde. Der Mond ging hinter den Bäumen auf und ich glaubte, das Gesicht von Gelber Donner in ihm zu sehen. Leb wohl! Flüsterte ich ihm zu und schloss die Tür des alten Hauses. Ich wusste, dass ich nie mehr im Leben ins Reservat zurückkehren würde. Schweigend fuhren wir dahin. Jeder hing seinen Gedanken nach. Flint hatte die gesuchte Freiheit nicht gefunden und meine Liebe zu Gelber Donner kein Echo. Wir fuhren die ganze Nacht und am frühen Morgen setzte mich Flint samt meiner Kleiderschachtel vor Mick Pferzens Haustür ab. Ich klingelte und Audrey kam heraus. Du bist nach Hause gekommen, rief sie und zog mich hinein. Ich habe kein Geld, keine Wohnung und keine Stelle, sagte ich leise. Du kannst bei uns bleiben, solange du willst, antwortete sie tröstend und ich glaubte ihr, sie trug meinen Pappkarton ins Gästezimmer. Du siehst müde aus, Liebes. Möchtest du dich hinlegen? Wir sind die ganze Nacht gefahren, erklärte ich. Warum habt ihr es so eilig gehabt? fragte sie, als sie die Bettdecke zurückschlug. Wir sind davon gelaufen, antwortete ich und legte mich hin. Wovor? Vor einem zerbrochenen Traum, flüsterte ich und schlief ein, bevor sie den Rollagel heruntergezogen hatte. Audrey und Pastor Mick Pferzen gehörten nicht zu den Leuten, die nach einem Unglück mit ernster Miene und erhobenem Zeigefinger sagen, ich hab dir's ja gleich gesagt. Obwohl sie dazu absolut berechtigt gewesen wären. Sie stellten keinerlei Fragen und ich war noch zu verletzt, um ihnen von Gelber Donner zu erzählen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, sie wüssten Bescheid. Eine Woche blieb ich bei ihnen, dann fand ich Arbeit als Kellnerin in einem Kaffeehaus. Sie halfen mir, eine Wohnung zu finden und streckten mir die Miete vor, bis ich den ersten Lohn erhielt. Ich war wieder genau dort, wo ich aufgehört hatte, nur mit einer Ausnahme. Jetzt wusste ich genau, wie einsam ich war und die Nachtwinde brachten mir Träume von Gelber Donner. Flint hatte Herbstrose wieder getroffen und ging sogar mit ihr zur Kirche. Ich war überzeugt, dass er sein Leben bald Gott übergeben und Herbstrose heiraten würde. Für ihn schien alles in Ordnung zu kommen. Mein Leben aber war eine einzige Enttäuschung. Ich hatte mir vorgestellt, alles laufe wie am Schnürchen, sobald ich Christ wäre. Nichts könne mehr schief gehen und ich würde mit besonderer Kraft ausgerüstet, die mich vor Schmerz, Einsamkeit und Mutlosigkeit bewahrte. Ich hatte einen magischen Schutzwall um mich her erwartet, der mich vor den Gefahren der Welt abschirmte. Ich hatte auf alle meine Gebete ein Ja erwartet und gehofft, ab sofort vollkommen und fehlerlos zu sein. Ich hatte mir sogar vorgestellt, dass eines Tages ein Millionär im weißen Cadillac aufkreuzen und mich heiraten werde und dass ich bis ans Ende meiner Tage glücklich und zufrieden sein werde. Aber alles war anders geworden. Von einem Millionär war weit und breit nichts zu sehen. Ich machte immer wieder Fehler und manches lief verkehrt. Gott antwortete auf meine Gebete längst nicht immer mit Ja und oft war ich niedergeschlagen und einsam. Irgendwie war es nicht so gekommen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Zweifel stiegen in mir auf. Vielleicht machte ich etwas falsch. Vielleicht war ich überhaupt nicht wirklich Christ, nicht gerettet worden. Vielleicht war ich nicht gut genug, um Gottes Segen zu empfangen. Vielleicht hatte Gott mir meine Sünden nicht vergeben. Manchmal war ich so niedergeschlagen, dass ich mir wie begraben in einem schwarzen Sarg vorkam. Ich fühlte mich schuldig, weil ich so mutlos war. Christen sollten doch nie mutlos sein, nicht wahr? Und ging es mir nicht wirklich besser als vielen anderen? Ich war gesund, hatte einige Freunde und das Leben lag noch vor mir. Ich hatte allen Grund, glücklich zu sein. Weshalb fühlte ich mich so elend? Mein Leben war eine Berg- und Talfahrt ohne ebene Zwischenstrecke. Ich dachte an ein altes Volkslied, das ungefähr so lautet. Ab hier werden die Berge nicht mehr höher, aber die Täler tief und tiefer. Stimmte das? Gab es keine höheren Gipfel mehr zu erklettern? Wurden die Täler wirklich immer tiefer? Meine Gedanken verirrten sich auf gefährliche Wege. Allmählich kam ich zu der Überzeugung, dass mir das Leben nichts zu bieten hatte und der Tod mir den Himmel öffnen würde. Wäre es nicht tausendmal besser in den Himmel zu gehen, anstatt sich auf dieser Erde herumzuschlagen? Ich gehörte ja jetzt Jesus, war ein Kind Gottes. Ich hatte vom Himmel gehört, und Gott wäre sicher nicht böse, wenn ich käme, bevor er mich rief. Wieder einmal dachte ich an Selbstmord, aber ich schämte mich meiner Gedanken so sehr, dass ich es nicht wagte, mit jemandem darüber zu sprechen. Früher war es anders gewesen, da hatte ich Jesus nicht gekannt. Jetzt gab es keine Entschuldigung mehr für mein Denken, denn ich wusste es besser. Ich verlor den Sinn für die Wirklichkeit und verlor mich in Träumen, bis meine eingebildete Welt mir wichtiger wurde, als alles andere um mich her. In meiner Fantasie schuf ich mir eine Welt, wie ich sie mir wünschte. Ich ging regelmäßig zur Kirche, las meine Bibel und betete. Trotzdem fühlte ich mich von Gott getrennt, und mein Leben war hohl und leer. Ich wusste, dass ich mich selbst bedauerte, und kam zu der Erkenntnis, dass ich etwas für andere tun musste, um mich selbst zu vergessen. Ich suchte mir eine Stelle in einem Pflegeheim und war überzeugt, dass ich im Dienst für andere Glück und Zufriedenheit finden würde. Mit großen Plänen und hoffnungsfrohem Herzen begann ich. Frühmorgens ging ich an meine Arbeit, spätabends hörte ich auf. Aber es ging mir immer schlechter. Die Hoffnungslosigkeit einiger Patienten übertrug sich auf mich. Ich erkannte, dass ich weder ihnen noch mir selbst helfen konnte, und nach zwei Wochen gab ich die Stelle auf. Dann fand ich Arbeit in einer Konditorei. Am zweiten Tag wurde ich entlassen, weil ich mehr Süßigkeiten aß, als ich verkauft hatte. Eine Woche arbeitete ich in einem Souvenirgeschäft. Dort hatte man mich hinausgeworfen, weil ich einer Kundin sagte, wo sie die gleichen Sachen um die Hälfte billiger kaufen konnte. Während der nächsten paar Monate wechselte ich beinahe jede Woche die Stelle und zog zweimal um. Ich suchte das Glück am falschen Ort. Ich glaubte, dass man Glück in der Arbeit, an einem Ort oder in einem anderen Menschen finden könnte. Doch ich wusste nicht, dass wahres Glück von meiner Beziehung zu Gott abhing. Gott war unmerklich auf dem zweiten Platz in meinem Leben abgeglitten, und ich lief im Kreis herum und sah nicht, was ich falsch machte. Es war Mitternacht. Jemand klopfte wie verrückt an meine Tür. Ich stand auf und zog mich an. Es musste einer meiner Onkel sein. Kein Mensch sonst würde solchen Krach machen. Ich riss die Tür auf und herein stolperten Flint und Onkel Kernsis. Kernsis war ein Jahr jünger als Flint. Er hieß eigentlich Kernsis Kitt, aber wir nannten ihn einfach Kernsis. Er war hübsch, aber ungezügelt und war der Meinung, dass die Gesetze nicht für ihn galten. Kernsis, wie schön, dass du kommst! Ich umarmte ihn. Schön? Sogar mitten in der Nacht? Er lachte. Besonders mitten in der Nacht. Das stimmte. Ich schlief in letzter Zeit nicht gut. Wenn ich zu Bett ging, überfielen mich Erinnerungen, die mir den Schlaf raubten. Wo bist du im letzten Jahr gewesen? Überall, lachte er. Wyoming, Montana, Arizona, Mexiko. Ich habe Lastwagen gefahren, Pferde zugeritten, gejagt, Fallen gestellt und in 50 verschiedenen Städten 50 verschiedene Stellen gehabt. Was bringt dich denn hierher zurück? Ich wollte sehen, was von meiner armen Verwandtschaft übrig geblieben ist. Du und Flint, ihr seid die Ärmsten der Sippe, ich weiß. Er zog mich an den Haaren. Wie wär's mit einem Imbiss? Ich kann euch Speck und Eier braten, nickte ich und verschwand in Richtung Küche. Halt! Eier und Büffelsteak! Indianer essen nichts anderes als Büffelfleisch. Er stampfte mit dem Fuß und schüttelte die Faust. Ich habe seit Jahren kein Büffelfleisch mehr gegessen, antwortete ich und dachte daran, was für ein Festschmaus das jeweils gewesen war. Wie? Schrei im Wind ist nicht mehr das Fleisch ihrer Ahnen? Fragte Kansas erstaunt. Flint warf ein. Welche Schande! Komm, wir gehen und schießen einen Büffel für Schrei im Wind. Und beide, Flint und Kansas, verschwanden in der Dunkelheit der Nacht. Die beiden haben einen Sitzen, dachte ich. Im gleichen Augenblick kam Flint zurück und übergab mir feierlich drei frische Steaks. Was ist das? Fragte ich verständnislos. Büffelfleisch! Nein, das glaube ich nicht! Widersprach ich. Darauf hatte er gewartet. Hey, Kernsis! Deine Nichte will nicht glauben, dass es wirklich Büffelfleisch ist! Beweise es ihr! Kernsis erschien im Türrahmen mit dem Schädel eines frisch geschlachteten Büffels. Ein Büffel! Ein echter Büffel! Woher hast du denn den? Wollte ich wissen. Frag nicht! Sagte Flint. Man sollte nie fragen, woher das Essen kommt. Nimm und iss und freu dich darüber. Kernsis legte den Büffelkopf in meine Badewanne. Gute Medizin! Lobte er und tätschelte eines der Hörner. Er kam mit mir in die Küche. Indianer brauchen Büffelfleisch zum Leben, erklärte er. Wenn es keine Büffel mehr gibt, gibt es auch keine Indianer mehr. Der große Geist hat uns die Büffel gegeben. Sie gehören uns. Wir haben das Recht, sie zu jagen und zu essen. Ich briet die Büffelsteaks mit ein paar Eiern und kochte Kaffee. Kernsis, nicht einmal du kannst in der Stadt einen Büffel jagen, bemerkte ich. Nun, ich fand ein Seil und band es an den Wagen. Und an dem Seil, da hing ein Büffel, lachte er. Wo hast du denn das Seil gefunden? Im Zoo, entgegnete er und schnitt sich ein Stück Fleisch ab. Das ist doch nicht möglich. Du kannst doch im Zoo nicht einen Büffel stehlen. Ich war entsetzt. Ein Kikapo-Krieger kann tun, was er will. Ich schenkte Kaffee ein und betete im Stillen. Vergib uns, Herr, dass wir von diesem gestohlenen Büffel essen. Im Morgengrauen verabschiedeten sich die beiden. Wartet, ihr habt den Büffelkopf vergessen, rief ich ihnen nach. Mach keine Faxen, schrei im Wind. Was sollen wir mit dem Büffelkopf? Behalte ihn, er ist eine gute Arznei, meinte Kernsis. Kernsis, ich kann ihn doch nicht in der Wohnung behalten. Er fängt doch an zu stinken. Kernsis kam zurück. Bist du umständlich geworden? Wie viele Mädchen gibt es denn heute noch, die ihren eigenen Büffelkopf haben? schimpfte er. Kernsis, bat ich. Gut, wir suchen uns einen Platz, an dem er sicher ist und trocknen kann, sagte er und holte den Kopf. Pack was zu essen ein und komm mit. Ich kann nicht mit euch kommen, ich muss in einer Stunde zur Arbeit, werte ich ab. Was, du willst denn nicht einen einzigen Tag Zeit nehmen für deinen Onkel? Nachdem du ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen hast? Und nachdem ich dir dieses großartige Geschenk mitgebracht habe? Er hielt den Büffelkopf hoch in die Luft. Ich werde meine Stelle verlieren. Ich habe in diesem Jahr wenigstens ein Dutzend verschiedene Arbeitsplätze gehabt, versuchte ich zu erklären. Und ich fünfzig. Spielt das eine Rolle? Willst du wirklich lieber von Tisch zu Tisch gehen und servieren, als draußen im Grünen ein Versteck für Bruder Büffel suchen? Er säuste tief. Du brichst deinem Onkel das Herz. Na schön, dann komm ich. Ich lief in die Küche und stopfte einige Lebensmittel in einen Sack. Kein Fleisch bitte, rief Kansas hinter mir her. Wir haben 500 Pfund Fleisch im Wagen, bring nur Brot, Ketchup und Getränke mit. Als wir die Straße hinunterfuhren, sangen und scherzten wir und erzählten einander faustdicke Lügen. Morgen würde ich mir zwar einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen, aber heute war es genau wie früher. Wir wollten uns freuen und wir wollten wieder Indianer sein. Wir fuhren etwa hundertfünfzig Kilometer, bis wir ein paar Sandhügel erreichten. Dort fanden wir eine kleine Höhle, die sich als Versteck für den Kopf des Büffels vorzüglich eignete. Dann rollten wir ein paar Felsblöcke vor den Eingang. Die nächste Farm war etwa fünfzig Kilometer entfernt. Kernses holte den letzten Stein. Früher waren tausende von Büffeln in dieser Gegend. Jetzt müssen wir unseren Kopf riskieren, wenn wir dem Staat einen stehlen, klagte er bitter. Die Erinnerung an unsere glorreiche Vergangenheit stimmte uns traurig. Wir drei Indianer waren hundert Jahre zu spät geboren und konnten es nicht ändern. Wir hatten im zwanzigsten Jahrhundert ebenso wenig zu suchen wie unser Freund Büffel. Eines Tages würden auch wir Indianer aussterben. Kann sein, dass die Regierung dann unser letztes Exemplar im Zoo ausstellt. Mittags aßen wir Brot und Büffelfleisch, am offenen Feuer gebraten. Flint holte ein paar Gewehre aus dem Wagen. Er und Kernses machten Schießübungen, während ich im warmen Sand lag und versuchte, den verlorenen Schlaf der vergangenen Nacht zu finden. Schrei, hilf mir, er hat mich angeschossen! Kernses wankte, hielt sich die linke Schulter und fiel neben dem Feuer zu Boden. Ich setzte mich auf, blinzelte den Schlaf aus den Augen und sah etwas Rotes zwischen seinen Fingern hindurchsickern und auf das Hemd tropfen. Schnell, tu etwas! Er krümmte sich und wimmerte. Flint hat mich angeschossen. Ich muss sterben. Ich packte meine Jacke und presste sie auf die Wunde. Flint, was hast du getan? Er ist doch dein Bruder! Schrie ich Flint an, der daneben stand. Zeig mir, wo du getroffen bist! Sagte ich zu Kernses und wischte sorgfältig das Blut von seiner Schulter. Ich kann den Einschuss nicht finden! Vorsichtig öffnete ich sein Hemd und entdeckte eine wunderbar gesunde Haut. Kernses und Flint brachen in hysterisches Lachen aus. Wir haben dich zum Narren gehalten. Es war Ketchup! Sie schlugen einander auf den Rücken und heulten wie Kojoten. Schrei, du fällst aber auch auf alles herein. Kannst du denn nicht zwischen Blut und Ketchup unterscheiden? Sie lachten immer noch, als wir in den Wagen kletterten und zur Stadt zurückfuhren. Ich glaube euch mein Leben lang kein Wort mehr! Zornig schüttelte ich die Faust gegen sie. Das ist der Dank für meine Fürsorge, ihr wilden Tiere! Ihr habt mich heute zum letzten Mal zum Narren gehalten! Kernses zog für einige Zeit zu Flint. Zum Glück wurde ich nicht entlassen, weil ich mich von Bruder Büffel verabschiedet hatte, sondern durfte meinen Job behalten. Ein paar Wochen später wartete Flint vor der Tür auf mich, als ich nach Hause kam. Kernses wurde angeschossen! Glaub ich dir aufs Wort! Entgegnete ich schnippisch. Meinst du nicht, dass er aufhören sollte, Ketchup zu vergeuden? Nein, Schrei, diesmal ist's ernst! Ich lüge dich nicht an! Er wurde wirklich angeschossen und er schwer verletzt! Ich bringe dich zu ihm ins Krankenhaus! Flint, wenn das wieder einer eurer dummen Scherze ist! Nein, Schrei, diesmal wirklich nicht! Behauptete er mit zitternder Stimme. Ich glaubte ihm. Die Fahrt zum Krankenhaus schien endlos. Unterwegs erzählte mir Flint, was geschehen war. Der Polizei hat er erklärt, es sei ein Unfall. Er habe geschossen und sei dabei über die eigene Flinte gestolpert. Dabei habe er sie verloren. Er behauptete, er wäre zur Stadt zurückgefahren und habe um Hilfe gerufen. Aber die Leute hätten gedacht, er sei betrunken und wichen ihm aus. Erst als er aus dem Wagen fiel und blutend auf der Straße liegen blieb, rief jemand die Polizei. Und wie geht es ihm jetzt? Mir wurde übel. Der Schuss ist durch den Magen gegangen. Es sieht zwar schlimm aus, aber er wird durchkommen. Flint machte eine Pause. Er, naja. Was ist Flint? Nun, ich habe dir die Geschichte so erzählt, wie er sie die Leute glauben machen will. Sag kein Wort von dem, was ich dir jetzt erzähle. Keine Angst. Ich rückte näher zu ihm. Kernsis kennt ein Mädchen und ihre Familie mochte ihn nicht. Sie hatten schon einen netten Jungen für sie ausgesucht, den sie heiraten sollte. Ihre Brüder warnten Kernsis, er solle sich nie mehr in ihrer Nähe blicken lassen. Aber du kennst ja Kernsis. Nun, einer dieser Brüder hat auf ihn geschossen. Dann bekam er es mit der Angst zu tun, fuhr Kernsis in die Stadt und ließ ihn auf der Straße liegen. Es ist ein Wunder, dass er nicht verblutete, bevor man ihn ins Krankenhaus brachte. Weshalb hat er der Polizei nicht die Wahrheit gesagt? Sie hätte doch den Schuldigen eingesperrt. Er will das Mädchen schonen, nicht den Bruder. Er will sie nicht in diese Sache verwickeln. Sie weiß nicht einmal, was geschehen ist. Flint lächelte. Kernsis sagte, dass er für immer von allen romantischen Gefühlen ihr gegenüber geheilt sei. Dann warnte er mich noch einmal. Denkt daran, es war ein Unfall. Verstehe, nickte ich. Kernsis bekam Bauchfellentzündung und sein Zustand wurde kritisch. Tagelang schwebte er zwischen Leben und Tod und ich fürchtete, dass der Wundbrand ihm das Leben kosten würde. Wie meiner Großmutter. Flint und ich besuchten ihn jeden Tag. Ich betete inbrünstig, dass Gott ihn am Leben erhalten möge. Endlich erholte er sich und ich dankte Gott von ganzem Herzen. Als Kernsis nach Hause durfte, musste er noch zwei Wochen im Bett bleiben. Die Verbände mussten Tag für Tag erneuert werden. Da er niemanden hatte, der ihn pflegen konnte, kam er zu mir. Ich gab ihm mein Bett und kampierte selbst auf der Couch. Meistens schlief er. Wenn er wach war, las er Wildwestromane. Er machte mir wenig Arbeit, aber beim Wechseln des Verbands musste ich schwer schlucken und den Atem anhalten. Ich musste mich zwingen, nicht auf die große, blutige Wunde mit den blau-schwarzen Rändern zu sehen. Doch auch diese Arbeit ging mir jeden Tag leichter von der Hand und bald störte mich der Anblick nicht mehr. Eines Tages warf er sein Buch ans Fußende des Bettes. Hast du noch mehr Wildwestgeschichten? Fragte er. Möchtest du nicht einmal etwas anderes lesen? Hast du noch nicht genug von den Leuten, die sich gegenseitig totschießen? Er begann zu lachen. Dann beherrschte er sich und legte die Hand auf die Wunde. Du weißt doch, dass früher die Cowboys wenigstens ein halb Dutzend Mal im Leben angeschossen worden sind und trotzdem uralt wurden. Aha, dann hast du also noch fünf Schüsse auf Lager. Viel Glück! Ich legte ein paar Bücher auf sein Bett. Zwei Western und zwei christliche Bücher. Er griff nach den beiden christlichen Büchern. Die kannst du wieder haben. Du solltest sie lesen, sie sind gut. Ich habe dir schon x-mal gesagt, dass ich mich für Religion nicht interessiere. Ich wollte, du würdest endlich aufhören, mich anzupredigen. Ich habe genug davon. Brummte er. Ich muss die Gelegenheit nutzen. Hör zu, Schrei im Wind. Ich gebe zu, die alten Zeiten sind vorbei. Die Götter der Indianer sind wertlos. Aber ich kann auch nicht an deinen Gott glauben. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Gott gibt, sonst wäre diese Welt nicht so niederträchtig und gemein. Ich glaube an nichts, weil es nichts zu glauben gibt. Ich muss mir das Leben auf dieser Welt so angenehm wie möglich machen. Denn wenn ich sterbe, ist alles aus. Ich zeigte auf seine Wunde. Das hier nennst du so angenehm wie möglich? Er nahm ein Buch zur Hand und verschwand dahinter. Ich habe nicht mehr mit ihm über Religion gesprochen und eine Woche später zog er aus. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Manchmal erzählte mir Flint seine neuesten Streiche. Kernsis wurde eingesperrt, weil er versucht hatte, die Pauke einer Bernd zu stehlen. Er wurde erwischt, als er die Pauke in ein Taxi schob und das Monstrum in der Tür stecken blieb. Drei Tage musste er wegen Trunkenheit sitzen. Dann wurde er festgenommen, weil er einen Büffel aus einem privaten Tierpark stehlen wollte. Er behauptete, Indianer hätten das Recht, Büffel zu jagen, solange die Sonne am Himmel steht und solange das Gras grünt. Das sei vertraglich festgelegt. 50 Dollar Strafe wurde ihm aufgebrummt, dann wurde er entlassen. Er hatte ein paar Mal geheiratet und wenigstens ein Dutzend Wagen zu Schrott gefahren. Er zerstörte sich selbst, nichts konnte ihn aufhalten. Dann hörten wir, dass Kernsis bei einer Schießerei in einem Wirtshaus in Wyoming den Tod gefunden habe. Ich erinnerte mich, mit welter Leidenschaft er Westernhefte verschlungen hatte und fragte mich, ob er wirklich im Streit erschossen wurde oder ob er die Auseinandersetzung angezettelt hatte, weil er Selbstmordabsichten hegte. Es wäre dann genau wie der Schluss in einem seiner Wildwestromane gewesen. Er erschossen bei einem Schusswechsel in einer Kneipe in Wyoming. Ich vermisste Kernsis und seine wilde, unbekümmerte Art zu leben. Jahre später ging ich noch einmal zu dem Platz, wo Flint, Kernsis und ich einen ganzen Tag verbracht hatten, um ein Versteck für die gute Arznei, wie wir den Büffel genannt hatten, zu finden. Ich fand die Höhle wieder und rollte die Steine vom Eingang weg. Natürlich hatte ich ein Skelett erwartet, doch ich fand einen tadellos präparierten Büffelschädel. Das Fell war nicht einmal staubig und die Haut war zu hartem Leder geworden. Ich zog ihn an den Hörnern heraus und sah ihn mir genauer an. Das Fleisch an den Kiefern war ausgetrocknet und die langen Zähne gaben dem Büffel den Anschein eines Lächelns. Das hätte Kernsis gefallen. Gute Arznei, der lächelnde Büffel. Ich nahm den Schädel mit nach Hause und verwahrte ihn. Manchmal erschraken meine Freunde, wenn sie den meterhohen Büffelschädel in meinem Wohnzimmer erblickten. Dann lächelte ich und hörte Kernsis sagen, Wie viele Mädchen gibt es denn heute noch, die ihren eigenen Büffelkopf haben? Und ich streichelte eines der Hörner und fügte hinzu, dazu noch einen, der lächelt. Kernsis, du fehlst mir. Weshalb hast du dich mit dem Sterben so beeilt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017